Da sage ich Ferien auf dem Bauernhof. Nicht nur wegen dem Bauernhof, weil ich bin allgemein auch gerne Natur und mache Wanderung. Das geht dann meistens doch irgendwie in der Gegend besser als in der Stadt. Ich glaube tatsächlich für Kühe, in dem Fall. Die Hühner zeichnet es auch sehr sehr gerne, aber mit Kühen bin ich tatsächlich groß geworden. Deswegen, die haben mich in der Kindheit mehr begleitet als die Hühner. Da nehme ich tatsächlich mal beides, weil das geht bei mir auch so ein bisschen Hand in Hand. Also die Geschichten entstehen mit Illustrationen, das lässt sich schlecht voneinander trennen. Das mache ich beides gerne gemeinsam. Ich glaube tendenziell erst schreiben und dann illustrieren. Wie gesagt, das steht beide so ein bisschen gemeinsam, aber die Geschichte muss schon stehen, bevor ich dann richtig ins Detail an die Illustration gehe.